Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Drohnen. Das High-End-Produkt in unserem Drohnetest geht an die DJI Mini 2 weiter. Mit weniger als 249 G wiegt die Mini 2 nicht nur beinahe so viel wie ein Apfel, aufgrund ihrer geringen Größe ist die Drohne auch gerade einmal so groß wie ihre Handfläche. Eine am Himmel kreisende 12 MP Kamera liefert Inhalte, die garantiert jeden beeindrucken, zusammen mit einem 4K 30 Bilder pro Sekunde Video und einem motorisierten 3-Achsen-Kardanantrieb sorgt Mini 2 für atemberaubende Bildqualität. Mini 2 unterstützt bis zu 10 km HD-Videoübertragung und verfügt über ausgezeichnete Anti-Interferenz-Fähigkeiten für weitere Flüge und eine noch klarere Sicht. Mit einer maximalen Akkulaufzeit von 31 Minuten gewährt die DJI Mini 2 mehr als genug Zeit, um die ideale Aufnahme einzufangen. Mini 2 kann Windstärken der Stufe 5 widerstehen und bis zu einer maximalen Höhe von 4000 Meter aufsteigen. Für ihre Traumaufnahme brauchen sie nicht so nah heranzukommen. Der Vierfach-Digitalsum gestaltet selbst den Übergang von Aufnahmen mit unterschiedlichen Abständen und Kompositionen einheitlich. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Hohle Stone HS 720i. Die 4K-Kamera erfasst viel mehr Details der wertvolleren Momente. Die Eis reduziert Unschärfe und sorgt für stabilisierte Videobilder. Steuere die Drohne und genieße die Landschaften über die App. Die 5 GHz FPV-Übertragung ermöglicht eine schnelle, weite und reibungslose Bildübertragung. Du kannst mit deinem Finger die Flugroute auf dem Bildschirm des Handys vorzeichnen. Die Drohne fliegt jetzt deine gewünschte Route ab. Mit der Follow-ME-Funktion wird HS 720i dir automatisch folgt, egal wohin du gehst. Genieße jetzt einfach die Schönheit und Landschaft über die App. Sorgenfrei, da sie immer automatisch zurückkehrt, wenn die Batterie schwach ist, das Signal verloren geht oder du die RTH-Taste drückst. Kreisflugmodus mit dieser Funktion führt HS 720i einen automatischen Kreisflug durch. Du brauchst nur vor dem Flug den Mittelpunkt des Kreises, den Radius und die Höhe in der App eingeben. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Drohne-Test ist die RUKO U11 da. U11 Pro Drohne mit Kamera 4K ist mit GPS und GLONASS-Satelliten-Navigations-Estem ausgestattet. Zwei Batterien kann Ihnen bis zu 46 Minuten bieten, der bürstenlose Motor gewährleistet, dass die Drohne bis Windgeschwindigkeitskeit 5 stabile geflogen werden kann. Wenn das Wetter kalt ist und die Temperatur niedrig ist, besonders bei 0 Grad und unter 0 Grad, wird die Flugzeit von Batterie je nach Situation reduziert. U11 Pro Drohne verfügt FOV 120 Grad und einen 0 bis 90 Grad einstellbare Kamerawinkel, liefert hochauflösende Bilder und nimmt den perfekten Schuss. Sie können 3840 x 2160 Pixel Bilder machen. Die Drohne kann Sie automatisch verfolgen. Wi-Point Fly die Drohne fliegt entlang der Route, die Sie gesetzt haben. Die Drohne fliegt um einen Punkt herum, gleichzeitig können Sie Fotos oder Videos machen und ein wunderbares Flugerlebnis genießen. Im Vergleich zu anderen Drohnen verfügt RUKO U11 Pro Drohne mit Kamera 4K über Anfängermodus. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen. Bis zum nächsten Mal.